So, willkommen zurück. Ja, du wirst es doch schon. Koffern heiß. Nee, eben nicht. Ich hab's nicht mit den Eindringseiten noch nicht. Das kam mir jetzt gerade, du bist klar. Ich geh jetzt an. So, ähm. Mir fehlt auch noch eins, weil ich hab auch noch nicht alle Schwungfähigkeit. Deswegen muss ich ja Leute mit dem Nest töten. Wollen wir hier den Man-Bit machen? Ich sehe gleich. Wo denn? Wo ich markiert hab. Are you sure about that? Ja. Okay. Nein. Oh. He has a better ring. Da bist du ja. Im Antio. So macht man das. This is how you do it. Whatever's all, we're better at here. Wo ist der Leip? Oh. Ja, nehm, 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 nehm. Ja, nehm, nehm, nehm. Ja, nehm, nehm. Ja, mit meiner Drohne, die da automatisch feuert. Ah, noch hast du wahrscheinlich noch gar keinen, ne? Hm, doch. Hier stimmt oder so, glaub ich. Komm, dann müssen wir schauen. Also schaltest du auch, ich schieb mir mit den Schwimmfähigkeiten frei. Äh, musst bei Schwimmfähigkeiten reingehen. Und dann bei Herausforderungen, Schwimmfähigkeit steht die Herausforderung selbst. 20. Arroganhandel sind so nervig. Wenn Sie mich sehen, geht es vielleicht übel aus. Da bist du ja. Hier sind halt auch nie Bosse, ne? Mach dich auf was gefasst! Gut, dass es sehr schwer ist, dass ich schrall auch nicht mit diesem Minibus überhaupt mal auftauchen. Ja, das ist Tufall. Du musst halt nur sehr hoch dann auswählen. Es sind sie ja, diese Mission, oder? Ja, ich muss halt ein Glück haben, dass er das kommt. Ich hasse es. Wenn man Glück irgendwo haben muss. Haha. Wenn ich jetzt aber nur an bestimmten Orten wäre, man die abgrasen könnte, wäre halt einfach simple. Ich habe auch noch ein bisschen mehr geholfen, aber ich habe auch noch ein bisschen mehr geholfen. Danke. Schönlich. Nightwing beschützt dich. Geh nach Hause. Nightwing! Nightwing! Hier ist der nächste Man-Bett. Mhm. Geh nach. Oh. Oh. Easy. Tobi. Was? So was. Oh so. So. Gotham City General. Oh. 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 Den Wert bringen wir raus, das ist ja der Müll. Aha. Ein paar Kinder geflogen. Aua. Direkt gesnackt. Aua. 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 Was denn Moots? Gute Nachrichten, wir haben einen Standort. Aua. 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 Entführung im Gange. Aua. Alter, was geht hier mit Nightwing? Voll verpackt gerade. Das ist voll am Flygen gewesen. Einheiten bei Fox-Tacker benötigt. Mögliche Entführung im Gange. Officers gehen Sie vorsichtig vor. Oh. Hier ist kurzer meiner. O. Hey, hier drin! O. O. Ach du hier hast du hier? Ach du hast du heil zu. O. Aua. O. 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 Geht's nicht mehr, Herr! hey hey sei still wir sehen uns hilfreich Sehr gut Das galt nicht Was war das? Ich hab den doch damals getötet und er schlug in der Nest fähig, Karl Oh, Arbs toten Der Nest Schale wird auf 50% erhöht, hatte ich ja schon Okay, die müssen davon weggehauen werden Konnte die Schale lange in der Region liegen, aber die erstmal da rein zu bekommen ist nicht so ne Pfiff Siegeljäger, Talons, 1 und 3 Oh Oh Ich stehe doch förmlich nach dem Raum Sehen Sie sich dort vor, Bad Girl Komm her Pass auf Boah, den ist sehr schön, wenn der mit dem Fahrrad dubsen kommt Und hier attacken Voll gefällt Na Ey, die wiederbeleben sich ja Wie geht's los? Ich muss gar nicht die Zorn besiegen Ey, die nerven so ein bisschen, ne? Die extremst Pergamente die Ligas Schmutz Da, ey Hä? Oh Oh Diese Ollen, ne? Die kotzen mich schon mit dem Meister Die scheiß Messer-Ladies Oh, jetzt nervt mich Nervt mich Nervt mich Nervt mich Nervt mich Oh, ja, wiederbeleben sich gerade Oh, weißt, der Lappen Du hast recht, die werden echt wiederbeleben Kann das vor allem nicht stocken Und jetzt eigentlich gar nicht antreifen Ja Du kannst ja aber noch Gift schaden durch die Scheiße Ja, ja, noch wieder volles Leben Ich meine, das ist hier die Talon Elite halt, aber Das ist hier höchst groß Ja, aber das ist die höchstlevelige Art ist Weil wir hier beim sehr schweren sind Die haben das halt scheinend als ihre Ulti Glockenturm, die Eulen sind ausgeflogen Glockenturm Glockenturm Codename Glockenturm, Alter Nervt mich Niedrig und normal, ey Hier ist noch ein Angriff auf Zeugen Den müssen wir für dich an der Ausdauerwahl machen Attack on Zeugen, ey. Also wir sind ja klar bei der Hauptmission. Ausforderung abgeschlossen, hier zum Helfen, ey. Wenn das doch Lappen sind, lass mich bitte die mit dem Nest-Tag machen. Ja, ja. Oh, jetzt haben wir mal eine Bestattung. Ich glaube, wir sind eh keine. Jetzt hab ich's abgeschlossen, nice. Ich hab alle Schwungfähigkeiten. Halt, diese Molotow-Fixler werden langsam auch überpowered. So, wenn auch so. Guck, Trainingsraum freigeschaltet, Angst. Da ist es jetzt. Oh, was? Gutes Workout ist das heute. Zum Beispiel kriegt ein neuer Schwungfähigkeiten aus. LOL! Flashbang. Und nochmal ein Flash. Jeder von euch im Knast macht doch ein Besuch dabei. Das hat dir definitiv mehr weh getan als mir. Ich konnte die jetzt Daisy-Disi machen. Oh mein. Es ist vorbei. Alles ist gut. Welche Disi hab ich die gemacht? Ja. Hier ist es nicht sicher. Oh, mein Name ist ja leider kein Boss dabei. da mag es gehen eine legendäre mod a la noise man ernsthaft 3 legendäre mit einem epischen mod funktioniert würde ich würde trotzdem noch ein episch ja aber bisher war es immer so wenn du drei wenn du 12 weiß und zwei grünen kombiniert wird ja auch zu grün also ich glaube hier also ja ist ja kein sehr nicht tot das ist nur sehr brutal aus wir sind nicht tot ganz wichtig ist der super helden übring ja keine um also ich habe ja da ist grobe diese folge anzufangen wenn wir das jetzt machen ja dann ist die spielsitzung dann durch das heißt wenn wir das dann machen ist es vorbei und wir können nur noch new game plus anfangen also wenn du noch irgendwas machen willst dann jetzt ernsthaft ja habe ich dann geht auf der schon gelesen dass man nicht nur ein platz starten soll aber nur roben soll um es einfacher zu bekommen ich habe ja keinen sinn machen also ich habe öfter gelesen dass man dass man nach ende der hauptsache noch weiter rum kann nicht gezwungen ist etwas zu machen aber du sagst das stimmt nicht ja ok nee warte mal warte mal ach wie war denn das wir wollten jetzt die letzte hauptsache nicht diese folge noch anfangen weil das wirkt sonst so gut jetzt schon auch ganz ganz den das final gemacht mhm man sollte schon 410 30 so vieler leise aber nicht geben wir in der dinge an die officer zur überprüfung eke herrmann und shelly verdächtige aktivität gemeldet vorwichtes geboten mit ran kauf halt 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 So! Die Beine! Ich steh mir jetzt ein! Auf dich! Pass auf! Was ist davon? Geh mir mit dir! Fick dich so! Oh! Oh! Ich glaube man kann... Man könnte ja nicht nur in die Open World rein. Können wir nochmal beginnen? Das könnte ich ewig machen! Gebt es zu! Ihr habt euch zu viel vorgenommen! Ja doch, ich war nochmal... Genau, ich war dann nochmal in der Open World und da habe ich mich gefragt, wie fängt es in den Plus an? Ja! Luger Plus fangen allgemein so an, dass du... Bei allen, die ich persönlich kenne, dass du ins Hauptmenü gehst, klickst auf Luger Plus und startest dann noch ein Spielchen. Und nicht von Game aus einfach. Ja du musst halt nur bedenken, dass wir dann halt nicht mehr leveln, ne? Also du... Ja ich glaube ich dir die ganze Zeit schon nicht. Ja ich wollte schon sagen. Ja... Es macht auch keinen Sinn danach noch, äh... Macht es eigentlich nur für die Sicherung. Nicht fürs Leveln. Weil ich mir noch hoffen, einen legendären Bauplan zu finden, aber das ist nicht halt klar. Aber die Tür! Ich halte dir jetzt ein! Brenn du! Das war offensichtlich! Kriegs, seid ihr da? Na ja... Gute Frage. Was denn? Was man da noch macht. Was haben wir denn da? Ich weiß ja nicht wie viele... Wir, äh... Besuch, warum ist gestorben? Bin ins Wasser gefahren. Achso. Das ist eine Scheiße, ey. Also wie gesagt, äh... New Game Plus ist halt... Du machst die Story von neu. Ja, natürlich auch nicht. Devils neu. Ja. Um halt 40 zu werden. Und, äh... Ja, du brauchst halt Level 40 für... Wenn du alle treatments machen willst, ne? Ja, mag sein. Aber das ist sowas, was ich nicht mit dem Display machen müsste, will. Und... Ist auch nicht gleich. Äh... Ich sag's ja nur. Ja, man sieht es auch nicht durchzulaschen bei Spielen. Aber wenn du halt alles gemacht hast, ist halt alles gemacht. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Ich bin aus. Ja... Ja, das ist es. Ja. Einheiten zur Fürth und Bar. Bekannte Kriminelle wurden im Gebiet gesichtet. Die 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 Kriminelle wurden im Gebiet gesichtet. Und ein Geist. Die Kriminelle wurden im Gebiet gesichtet. Die Kriminelle wurden im Gebiet gesichtet. Die Kriminelle wurden im Gebiet gesichtet. Das wäre geschafft. Gehen wir nochmal bei der Olden die Dinger ab. Und dann hätte ich noch eine kleine Idee. Wie wäre das? Um zum Zucker. Aber wegen der Trainingsanheit. Dann spawnen wir wieder ein neuer Verbrechen. Nächste Nacht, aber dann gehen wir jetzt zum Hauptziel. Außer du sagst nichts dagegen vor. Wir machen jetzt nächste Folge. Aber die Sammelobjekt-Special-Folge. Ja, wie du magst. Dann könnte man einen Clean Cut machen. Und dann könnte die letzte Folge auch die Story-Folge sein. Mit den Corellis und alles. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Die letzte Folge ist die letzte Story-Folge. Und nicht wir sammeln Objekte ein. Das ist ein Name. Das ist ja leider eine Gruppe Zahl. Weil wir schon nicht bei 29 Stunden sind. Aber ja. Wobei ich natürlich auch immer noch die tolle Zeitprüfung habe. oder? Ich gehe gegen Anfall. Aber Gott sei Dank gibt es keine Schiebel für. Haha. Das ist nur für die Prozent wichtig. Aber sie schiebelt sich. Immerhin. Immerhin. So, jetzt machen wir dieses tolle, geile Training. Die jetzt nicht echt nötig war. Weil wir eh schon wissen, was funktioniert. Aber egal. Körperliche und mentale Vorbereitung gehören zusammen. Hier trainieren wir zunächst im Geist. Aber das erfordert volle Konzentration. Vergiss die Selbstzweifel. Und höre auf meine Stimme. Also so Angst-Tutorial. Das ist ja irgendwelche String-Knotring haben wir noch im Spiel. Okay. Certain Abilities können Fear into your enemies. Fear affects the actions. It terrifies the enemies of the complete... A Briggertruged Harlton. And hold B. To use Nightwind in my 9. Ja, das ist ja. Na 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 ja. Jetzt hab ich es. Sehr cool gewesen, wenn wir die jetzt auch aber getroppt, ey. Hast Angst zu wenig. Also ich hab von viel verarscht. Auf jeden Fall. Warum? Weil ich keine legendären Anzüge craften kann. Deshalb. Ich doch auch nicht. Du hast mal gesagt, du hast einen Legendären gemacht. Ja, der ist dann weg. Wie ist denn? Der war dann weg und seitdem hab ich auch keinen bekommen. Ich konnte einen legendären Nahkampf machen und ein legendäres Ding, aber da hat mir das Material gefehlt. Und der legendäre Ding ist aber disipliert danach, okay. So, ich konnte jetzt eine legendäre Freikampfwaffe wenigstens herstellen. Ja, und ich hab legendären Nahkampfwaffe. Ja, mir fehlt jetzt nur ein legendärer Anzug, der Händschlüsse Schiffmann. Ist doch alles garstig. Ja, mir fehlt jetzt nicht. Ich bin jetzt ein Anzug. Es ist sehr verwirrend alles hier. Wie Böb! Hä? Das kriegt es nicht an Böb, ne? So, das Szenar noch mal ist angezogen. So, muss das. Gut. Dann würde ich sagen, Leute, das war die Folge. Und nächste Folge sammeln wir dann das Zeug auf dem Bein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dahin, macht's gut. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017